Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 436 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Huawei, Fitbit Pay, Schweizer Nationalbank, Nintendo, SBB, Obsolens in Planung, Google zum Zweiten und Alexa Hacking. Wir beginnen gleich mit Huawei und die gaben jetzt vor kurzem bekannt über das letzte Wochenende, dass Huawei in der Schweiz deutlich ausbauen werde. Aktuell sind circa 350 Mitarbeiter hier in der Schweiz für Huawei tätig und das soll sich ausbauen, indem das Huawei ein Forschungszentrum hier in der Schweiz baut. Und da sind sie anscheinend kurz vor dem Abschluss mit der Zürcher ETH und der EFT, die in Lausanne, die Hochschule, die Universität in Lausanne, die EPFL jetzt ist gegangen. Und da soll es Kooperation geben, um nicht nur im Bereich der Unternehmungen, Apple und Samsung und all die anderen auf den Markt zu schlagen, sondern auch bei Geräten für Privatpersonen. Das wird noch spannend. Unter anderem will Huawei hier in der Schweiz auch eine sogenannte Smart City aufbauen. Und da kommt das eine oder andere komische Gedanken auf, wenn man so sieht, was in China alles passiert. Ich bin ja sehr stark für eine sichere Stadt und eine vernetzte Stadt mit allen möglichen Geschichten, mit Informationen aus der Stadt über die Stadt und über die Zustände und so weiter. Was mir nicht ganz so gefällt, ist die Videoüberwachungsgeschichte. Grundsätzlich ja, sofern man es eben nicht mit detektierten Gesichtsverfolgungen etc. macht. Aber ja, hat ja alles seine Vor- und Nachteile und ich glaube immer ans Guten im Menschen und an den Dingen, die so passieren auf diesem Planeten. Somit dürfen wir mal gespannt sein, was da alles kommen wird. Gehen wir weiter mit dem nächsten Thema. Vor kurzem haben wir bekannt geben können, dass Apple nach Google jetzt auch mit, also mit Apple Pay besser gesagt, nach Deutschland kommt. Ein weiterer geht an den Start in Deutschland, den hier in der Schweiz auch schon länger gibt. Ich glaube in Österreich noch nicht. Fitbit Pay ist das Ganze. Und die starten in Deutschland relativ mau. Nämlich nur mit einer einzigen Bank und der Möglichkeit, das Ganze über die Visa-Karten, also Kreditkarten abzuwickeln. Da darf man natürlich noch ein bisschen nachholen, aber dennoch, ja, es tut sich zumindest etwas im deutschen Markt, im Bereich Fintech und so weiter. Wir bleiben gerade bei Geld und bei Aktien und solchen Geschichten. Die Schweizer Nationalbank, so haben die neuesten Zahlen gezeigt, haben aktuell 3,5 Milliarden US-Dollar in Apple investiert. Das ist der grösste Teil an US-Beteiligungen, die die Schweizer Nationalbank investiert hat, aber nicht in dem Sinn, ja, wenig, weil insgesamt sind es fast an die 85, 83 Milliarden US-Dollar, die da so reingestreut werden. Da ist unter anderem an zweiter Stelle Microsoft mit dabei, da ist dann Amazon und dicht gefolgt, kommen weitere Firmen hinzu, Google, Facebook und so weiter, sind alle auch mit dabei. Alphabet logischerweise und so weiter und so weiter. Ja, das Geld wird fleissig gestreut und es soll ja arbeiten. Man will ja den Schweizer Franken stabil halten. Nachdem Sony vor kurzem schon erst eine neue Rekordmeldung machen konnte mit knapp 20 Millionen verkauften Switch-Modellen, hat man jetzt eine neue Zahl feiern können. Sony hat vor kurzem 500 Millionen verkaufte Konsolen oder Heimkonsolen bekannt gegeben. Bei Nintendo ist jetzt auch so eine große oder eine schöne Zahl gefallen, nämlich 300 Millionen verkaufte Einhänden. Da sind das NES, das Uralte und mein auch erstes 61 Millionen, dann das SNES 49 Millionen, Nintendo 64, 32 Millionen, Gamecube 21, die Wii deutlich am grössten mit 101 Millionen, die Wii U 13,56, meine zweite von Nintendo und dann eben die Switch mit 19,67 Millionen. Schöne Zahlen und herzliche Gratulation an Nintendo an der Stelle. Auch bei den Handhelds, also den kleineren Gameboy, den mobilen Geschichten gibt es schöne Zahlen. Da hat man insgesamt 427 Millionen Geräte verkauft. Also wirklich schöne Zahlen, wie ich finde, für Nintendo. Die SBB, die Schweizer Bundesbahn, hat jetzt einen Crowdsourcing-Wettbewerb ausgeschrieben, wo man 7 respektive 5 oder 3.500 Franken gewinnen kann, wenn man die SBB mit interessanten und guten Tipps und Möglichkeiten unterstützen kann, wie man einen Algorithmus, der für die Fahrplangenerierung, Erstellung etc. und die Optimierung zuständig ist, dienlich ist und denen eben hilft, gute Tipps für interne weitere Entwicklung zu geben. Nicht nur das Preisgeld, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist da mit dabei, es gibt auch noch weiteres Reisestipendien für Applied Machine Learning Days 2019 in Lausanne und da sollen nicht automatisch die ersten drei Gewinner darunter fallen, sondern auch solche, die eben vielleicht eben nicht aufs Treppchen gekommen sind, aber dennoch tolle Möglichkeiten gebracht haben der SBB. Wer da sich angesprochen fühlt, sollte mal auf daily.tiktok.ch bei der 436 vorbeischauen, da ist ein Link mit drin, wo ihr das Ganze findet und um was es genau geht. Geplante Obsolenz, das wird ja Hardwareherstellern immer wieder mal vorgeworfen und ja, der neueste ist Google in diesem Fall, nämlich das im letzten Jahr, zumindest mit ausgeloffene Produkt, oder supporttechnisch ausgeloffene Produkt, der Nexus Player, der eigentlich auch mich damals extrem neugierig gemacht hat, aber nie wirklich in Verkauf gekommen ist, der stirbt jetzt nach und nach und zwar ziemlich häufig, wie man es hört, in diversen Foren und sonstigen Blogs etc., also Tech-Blogs etc. hat man lesen können, dass die eben Player reihenweise ausgefallen sind, heisst nicht mehr gestartet werden. Die meiste Fehlermeldung ist irgendwie, dass das Android-System nicht mehr gestartet werden könnte, weil irgendwas korrupt ist und bla bla bla. Ja, das feuert natürlich die Gerüchte nochmal an, dass am 4. Oktober, wenn der nächste Google-Event ist, wo die neuen Pixel-Phones vorgestellt werden, vielleicht auch dieser ominöse Pixel-Player kommen wird, der schon länger in der Gerüchteküche rumpfleucht. Ich wäre gespannt und ich hoffe, da kommt was, allein für all diejenigen, die eben in dem Bereich unterwegs sind und da auch ein bisschen was machen möchten. Dann geht es nochmals in Richtung Google und nochmals ein nicht ganz so schöner Newsartikel, obwohl das Ganze ja dahinter bekannt ist. Bei Apple kennt man es ja so schön, bei Windows auch und auch bei Google. Man kann sagen, dass eine App aufs Mikrofon zugreifen darf, auf, keine Ahnung was, GPS, auf was auch immer, Kalender und so weiter. Und im Normalfall geht ja der Kunde auch davon aus, wenn er sagt, greif nicht auf meine GPS-Daten zurück, dass es das auch nicht tut. Nur leider ist es so, dass unter Android, aber leider auch unter iOS, Google da nicht ganz so brav ist und sich die Daten dennoch holt, wo ihr seid. Das bemerkt ihr dann, wenn ihr eben genau eine App verbietet zu sehen, wo ihr gerade seid und die dann dennoch weiss, wo ihr seid, euch perfekte Werbung ausspielt, lokalisierte etc. oder ähnliche Geschichten, wenn ihr auf Maps geht und dann plötzlich weiss, Google Maps, dass ihr da seid und nicht eben irgendwo anders. Und das Ganze hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass hinter dem Google Apps auch die Google Geschichte, wie sagt man, ja, genau. Wenn man die Wörter nicht findet und das mitten der Aufnahme, das ist immer perfekt. Die ganzen Google-Dienste, die im Hintergrund arbeiten, die synchronisieren sich natürlich und holen sich natürlich auch die ganzen Informationen raus. Und wenn ihr denen die Rechte erzieht, vor allem auf Android-Seite ist das noch schlimmer, dann ist es ziemlich hässlich, weil dann bekommt ihr gar nichts mehr, vor allem den Google Assisten und so weiter. Die Dinge funktionieren dann nicht mehr. Und das ist halt immer eine Krux, will man den Vertrauen schenken, dann kann man es auch schön nutzen. Wenn nicht, dann wird es halt unschön. Aber ja, lest euch den Artikel selber durch und werdet schlauer, respektive handelt nach dem besten Gewissen, das ihr so vereinbaren könnt. Amazon Alexa an der Defcon in Asien. Dann wurde jetzt bekannt, dass man die Alexa hacken kann, in dem Sinne, dass man sie missbrauchen kann, um einen Lauschangriff zu starten. Um jetzt gleich mal vorab zu gehen, da ist wie immer, wenn solche Geschichten hervorkommen, einige Dinge nötig. Zum einen muss man hier eine modifizierte Firmware aufspielen auf den Alexa, was dann eben ausspinieren soll. Das Gerät, was eben mit der speziellen Firmware ausgestattet ist, muss dann auch noch in eurem Netzwerk eingerichtet sein und man muss noch ein bisschen was drauflöten. Also drei ziemlich schwierige Geschichten, wenn das jemand von extern machen möchte und vor allem bei euch zu Hause das machen möchte. Aber dennoch wurde damit aufgezeigt und darum ging es eigentlich auch, dass eben solche Sprachassistenten doch ziemlich schnell mal auch umgerüstet werden können. Und ich denke, da wird es in Zukunft auch andere Möglichkeiten geben, einfachere, schnellere und wie auch immer. Aber das sind natürlich die Hersteller, sei es Amazon, Google, Apple mit dem HomeKit, äh HomeKit mit dem HomePod-Teilchen und Microsoft natürlich auch mit den Cortana-Geschichten. Genauso wie das neu vorgestellte Samsung Pixi, ähm Raclette-Teil, die müssen natürlich alle stark oder dürfen fleissig nachbessern und immer wieder am Ball bleiben. Und ich denke, das sind die Hersteller auch, denn ihnen ist auch bewusst, wenn sie da mal etwas haben, was nicht ganz so toll ist, werden sich viele Geräte ausschalten und vielleicht nicht mehr genutzt werden. Vor allem bei den halt eher günstigeren Geräten, die man so sich in den Haushalt mit reinnimmt. Ja, heute mal ein bisschen ausführlicher oder, ähm, ja, umfangreichere Sendung. Ähm, ich freue mich, wenn ihr den Daily auch morgen wieder verfolgt und, ja, wünsche euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Ich muss jetzt ins Bett und, ja, um vier Uhr geht es ja schon wieder los. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.